Bea besucht ihre Freundin Susi. Hallo, Susi. Wie geht's? Es geht mir sehr schlecht, Bea. Was? Warum? Ich habe Probleme mit meiner neuen Mitbewohner. Das kann ich verstehen. Die Küche ist wirklich sehr schmutzig. Ja, ich weiß. Und auf dem Tisch liegt ein alter Döner. Ja, ich geht. Und auf dem Stuhl hier liegt schmutzige Kleidung. Moment, das ist dein T-Shirt. Richtig. Das ist alles deine Kleidung. Ist der alte Döner auch von dir? Ja, ich bin manchmal ein bisschen unordentlich. Und meine Mitbewohnerin ist nie zufrieden. Sie nervt mich immer. Sie ist wirklich keine gute Mitbewohner. Schmutzig. Schlecht. Küche. Unoh. Nervt. .